Herzlich Willkommen in einem neuen Video Dirt 3 Und ich befürchte, das Allerschlimmste, euch erwartet mal wieder ein Gymkhana Scheißrennen Wenn ich gerade richtig geguckt habe, ich habe einfach nur drauf gedrückt, gar nicht hingeguckt Skirmisch Ah, mal gucken Fuck Okay Leute, nehmt es mir nicht krumm, ihr wisst, was bei Gymkhana angesagt ist Bei Gymkhana ist Schwierigkeit runterdrosseln Da bin ich blutiger Anfänger Von C Das war's für heute. Oh, diesmal hätte es, glaube ich, sogar gereicht für was Hartes, wenn ich das hier richtig sehe. Boah, seht ihr das? Verdammte Axt, das hätte sogar gereicht für Amateur-Liga. Oh, egal. Ich muss ja noch drei Runden machen. Fuck, 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 fuck. So langsam, so langsam klappt es. Ich bin ja selber ein bisschen erstaunt. Obwohl die Karre hier sich echt scheiße fährt. Okay, aber ich lasse es trotzdem noch so, weil alles andere ist Code. Okay. 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 Hey, was ist denn hier los? Jetzt. Arschkrampe. Hat er nicht gezählt. Oh, ich bin ja sicher. Donut. Naja, immerhin. Das kriegen wir noch. Bam. Und weiter. Nee, das liegt am Schwierigkeitsgrad. Ich komme auf Amateur nicht klar. Lady, aber schön, dass du mich für den Größten hältst. Ich frage mich, ob echt irgendwelche Leute vor diesem Spiel sitzen und sich total darüber freuen, dass diese Computer-Stimmien sonst was vorlügen. Okay, gut so. Du stehst im Finale. Neuer Tag, neues Finale. Der Laden ist randvoll. Sorg für Spektakel. Ja, jo. Dann. Jetzt machen wir erstmal Lake Pijinö Legend in Finnland. Müssten wir eigentlich noch beide Sachen hier schaffen. Gruppe B. 90er. Ah, ohne Flaks. Da ist ja Colin nach den hier gefahren. Aber da war der blau, ne? Hm. In den 90ern, da ist ja kein Ford gefahren. Da ist dann Subaru gefahren. Das stimmt. Das war im ersten und im zweiten Colin McRae Rally-Spiel auch noch. So, ich glaube ab dem dritten war es dann Ford. Die Strecke gleicht einem Ozean. Aber du hast gelernt, mit diesen Bedingungen umzugehen. Sollte kein Problem sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Berichtigt mich, äh, 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 wenn ich hier irgendwie, äh, berichtigt mich, berechtigt mich. Korrigiert mich. Jetzt habe ich es. Korrigiert mich. Schwierigkeit. Wieder auf Amateur, Alter. So, und weiter geht's. In blau sah der schöner aus. Oh, Regen. Da müssen wir rein. Scharf links, über enge Brücke. 60, leicht rechts. 80. Mittel links. Mittel rechts. Leicht links in, mittel links in. Offene Kehrer rechts. 100 über enge Brücke. 100 über enge Brücke. Hey, ich musste da noch mal ganz kurz einen Rasen mähen. Echt jetzt. Das hatte der Nachbar nicht schön gemacht. Dann muss ich nochmal durchs Blumenbeet. Warte mal. Leicht rechts bei Haus. Kuppe. 60, leicht links. 80. Leicht rechts innen halten. Leicht links nicht schneiden. Leicht rechts. 150. Leicht links über Kuppe in. Achtung, scharf links. Achtzig. Mittel rechts über Kuppe. In Kuppe. In Kuppe. Schnee Kuppe. 60. Mittel rechts lang über Kuppe. Kuppe. Ihr hört es richtig schön am Motor. Wann ich vom Gas gehe und wann nicht. Mitte rechts. Das Sound gefällt mir auch unheimlich gut bei dem Spiel. Kein Problem. Der Sound musste eh weg. Scheiße. War es nicht 1,33 die Zeit, die man schlagen sollte? Aua. Nein. 1,35. Oder war es 1,36, was man schlagen sollte? Schlag. 1,38. Gott sei Dank. Und weiter geht's. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 5 Minuten. 5 Minuten haben wir noch. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das gönnen wir uns. Und wir befinden uns immer noch im Nils Holgersson-Pipi-Langstrumpf-Land. Nein, ich glaube wir sind in Finnland, nicht Schweden. Ja, Finnland. Entschuldig bitte. Erreiche 167. Da hat der Vendetta schon wieder Scheiße erzählt. Ne, also hier Michel aus Lönneberger und so. Das ist Schweden, glaube ich. Glaube ich gerade. Um Gottes Willen. Geografie 6 setzen. So, irgendwas mit 160 sollte ich schaffen, ne? So wird das aber nichts, Vendetta. Kuppe in links halten über Kuppe. Kuppe in links halten über Kuppe. Jetzt will er auch noch nicht hier so ganz auf der Strecke was finden, wo er Gas geben kann. Leicht links. Leicht rechts schneiden. Leicht links. 80. Kuppe in. Mitte rechts über große Kuppe sprung. Was war's denn, 168 oder so? Oh, 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 oh. Da machen wir mal sofort Wiederholung. Das sah nicht gut aus. Jetzt haben wir's. Links halten über Kuppe in. Mit rechts. Mittel links. In mittel links. Der Wagen klingt scheiße. Rechts halten über Kuppe. Mittel links sehr lang über Kuppe in den Alten. Muss hier auf Tempo kommen. 80. Kuppe. In mittel links. Mittel rechts. Mittel links. 80. Leicht rechts. In mittel rechts. Mittel links. 60. Leicht links. Komm her, du Pansen. Leicht rechts sehr lang in den Alten über Kuppe. Kuppe. In Kuppe. Mittel links in mittel rechts. Ah. Aber er sah gut aus, oder? Wow. 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 Da wollte ich einfach ein bisschen zu viel. So ab hier. Lieber versuchen erstmal hinter ihn zu kommen. und ihn wegschubsen. Und ihn wegschubsen. Auch gut. War nicht gleich so. Einfach mal anstoßen. Das nennt man Stupsen, du Facebook-Nerd. Oh, los, jetzt auf Asphalt. Komm auf Geschwindigkeit. Jetzt hat er erst Tempo. Jetzt hat er erst Tempo. Yes, Baby. Yes, Baby. Und bevor ich's noch nicht irgendwie mal hier erwähnt habe. Yes, Baby. Gut. Ich hab's so gut im Griff, Leute. Gut im Griff, hab ich's. Baum, 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 baum. Baum, baum, baum. Na, wer findet mich jetzt geil? Wer will mich haben? Alpin Stars. Joa, guck ich mir bei Zeiten mal an, ne? Was ihr so für mich habt, Jungs. Erinnern wir was freigespielt? Nein. So, dann machen wir hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns, äh, gleich zum Smash-Attack wieder. Also, Leute, haut rein und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.